Aber das hat mich nicht losgelassen. Jogi Löw im Regen bleibt für immer eine feuchte Erinnerung. Ob 442 oder 4231, vollkommen egal. Hauptsache die Doppel-Sechs steht. Unsere Doppel-Sechs ist Kradierer und Schweini. So was weiß ich und dann, wie du jetzt die Kupsel beeindruckt, da sind die Sprachen los und dann bist du dabei. Ich habe mich damals, ich bin auf ein Casting eingeladen worden, wusste noch nicht, dass es um Fußball geht, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht aufgekreuzt. Mein Vater hat mal einen witzigen Spruch zu mir gesagt, da war ich, als Sportler darfst du nicht rauchen und saufen, außer du heißt Mario Marsler. Ich mag den Begriff selber nicht, also weil ich kenne meinen Mann, seit ich 13 bin und man ist da irgendwie dann so ein bisschen reingewachsen. Auf einmal überall von allen Seiten, auf einmal ist man nur noch spielerfrei und nicht mehr sich selbst. Und ich mag den Begriff überhaupt nicht und ja, ich möchte auch nicht so gerne damit identifiziert werden muss ich sagen. Wenn wir Fußball gucken, muss man sich natürlich auch angemessen ernähren dazu. Deswegen gibt es das hier für euch. Eine gute Freude. Damit verARRY ich weiter. Rainer